Willkommen bei Etsin TV, dem Bewegtbildformat aus der Hamburger Etsin-Redaktion. Unser Thema heute ist Mobile Advertising. Der Konsum digitaler Medien und Anwendungen ist schon lange nicht mehr ortsgebunden und findet permanent auf den kleinen Bildschirmen statt. Wenn also die alte Regel gilt, Advertising Money follows the Audience, dann sollten wir gerade im Mobile-Segment extreme Aktivitäten beobachten können. Ist das wirklich so? Wie passt Mobile Advertising ins Gesamtbild moderner, mehrkanaliger Konzepte? Und wie sehen die Maßnahmen konkret aus? Und dann poppt immer wieder die alte Frage auf, ist Mobile ein Kanal oder handelt es sich eben nur um einen zusätzlichen Bildschirm, auf dem die Kanäle Video, Display und Search ablaufen? Für Antworten auf diese und andere spannende Fragen haben wir auch heute wieder einen Studiogast. Mein Kollege Jens von Rauchhaupt spricht gleich mit Multi-Channel und Multi-Screen-Experten Klaus Ahrens, einem der Geschäftsführer der Agentur Pilot aus Hamburg. Vorher aber die wichtigsten Nachrichten mit Svenja Böhm. Die Post baut ihr digitales Portfolio aus. Die Deutsche Post übernimmt die IntelliAd Media GmbH. Das Technologieunternehmen betreibt eine Bit-Management-Plattform auf der Agenturen und Werbetreibende in Auktionen, Werbeplätze, in Suchmaschinen einkaufen können. Zudem bietet IntelliAd auf der Plattform Multi-Channel-Tracking zum Abbilden der Customer Journey an. Nach Nugget und AdCloud ist IntelliAd die dritte größere Akquisition eines Online-Marketing-Technologieanbieters durch die Deutsche Post. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben. Nach AOL kommt Rubicon. Dirk Freitag ist der neue Deutschlandchef von Rubicon Project und soll die Expansion auf dem deutschen Markt vorantreiben. Der Supply-Side-Plattform-Anbieter hat gerade sein Büro in Berlin eröffnet. Freitag war zuvor CEO von AdTech und Senior Vice President von AOL. Mit Rubicon können Publisher sich über Trading-Desks, Demand-Side-Plattforms und Online-Werbenetzwerke verknüpfen und so ein Echtzeit-Werbe-Inventar verkaufen. Video-Advertising interaktiv Ad-Serving-Spezialist Flash-Talking und Kreativagentur Synapsis haben für die Kampagne der neuen National Geographic-Channel-Serie Suche nach Mr. X, das Forensik-Experiment, ein interaktives Pre-Roll entwickelt. Während diese Ads in den USA bereits erfolgreich sind, war die Auslieferung solcher Werbemittel in Deutschland lange problematisch. Während das Pre-Roll-Video läuft, wird darüber ein Flash-Layer angezeigt, der mehr Informationen verspricht. Bei einem Mouse-Roll-Over oder Klick stoppt der Spot und öffnet im Videofenster eine Mikroseite, die weitere Videos und interaktive Inhalte zur Serie anbietet. Der Vorteil an dem Werbemittel ist, dass der Nutzer durch das Ansehen der Inhalte die Seite mit dem zuvor gewählten Video nicht verlassen muss. Dadurch steigt die Klickwahrscheinlichkeit. Bewegung im internationalen Agenturengeschäft Die japanische Agentur-Holding Denzu will die britische Agenturgruppe Aegis kaufen. Als Kaufpreis sollen fast 5 Milliarden Dollar über den Ladentisch gehen. Laut Reuters habe Denzu schon im Vorfeld 30 Prozent der Aegis-Aktien übernommen. Kommt der Deal zustande, formiert sich das größte Agenturennetzwerk Asiens und das zweitgrößte in Westeuropa. Zu Aegis Media gehören in Deutschland zum Beispiel Carat, Isobar und iProspect. E-Mail-Marketing – Vorsicht mit Altdaten In den letzten Jahren wurden die gesetzlichen Anforderungen für zulässiges E-Mail-Marketing erhöht. Vor allem durch die Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes 2009. Darin wurde eine Übergangsfrist beschlossen, in der die Kundendaten, die vor Inkrafttreten der Novelle gesammelt wurden, werblich genutzt werden konnten. Diese Übergangsfrist läuft nun zum 31. August ab. Der BVDW hat die in diesem Zusammenhang für Unternehmen das White Paper, Handlungsempfehlungen für rechtssicheres E-Mail-Marketing und Newsletter-Versand veröffentlicht, das auf der BVDW-Website zum Download bereitsteht. Smartphone als Shopping-Begleiter online und offline 43% der Smartphone-Nutzer verwenden häufig ihr Gerät während des Aufenthalts in einem stationären Laden, um Preis- und Produktinformationen abzurufen. Zu diesem Ergebnis kam eine M-Commerce-Studie des ECC Handel. Am beliebtesten sind dabei neutrale Preisvergleichsplattformen, gefolgt von konkurrierenden Anbietern und den Websites der Ladengeschäfte, in denen sie sich gerade befinden. Auch für den stationären Handel bieten Smartphones als Bindeglied im Multi-Channel-Vertrieb also große Chancen. Jeder sechste User sucht zudem mehrmals die Woche per Handy Informationen über lokale Händler. Den Link zur Studie finden Sie im News-Bereich von adzin.de. Soweit die neuesten Meldungen der Branche. Danke Svenja. Ich gebe die Frage von Arne gleich weiter an Klaus Ahrens, unseren Studiengast, der Geschäftsführer von Pilot der Agenturgruppe hier in Hamburg, der Geschäftsführer. Herr Ahrens, Bildschirm, Screen oder Kanal? Was ist Mobile für Sie? Mobile ist ein echter Alleskönner, muss man sagen. Wir können damit sowohl Branding als auch Response, als auch Performance, Couponing, Sponsoring. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich dem auch nähern in der Planung. Also eine klassische Mediaplanung zu machen oder eine Responseplanung zu machen, ist ein echtes Alleskönner-Medium. Was sind denn eigentlich die Hauptziele, die Sie verfolgen, wenn Sie darüber nachdenken, in Mobile eine Kampagne aufzuziehen? Welche Zielsetzungen verfolgen Sie da? Ja, es kommt ganz darauf an. Ich sagte ja, es ist ein Alleskönner-Medium. Also im Grunde genommen kann man damit sehr viel machen. Man kann sowohl das United-Ad-Package und die Mobile-Facts nutzen, um eine klassische Zielgruppenplanung anzustellen. Also nach Strukturdaten, nach Nutzerdaten, nach so zu Demografien zu gehen, Reichweiten zu rechnen und zu nutzen. Und in der Mobile-Facts sind ja auch die ganz klassischen und bekannten Vermarkter mit ihren Mobile-Angeboten drin. Man kann aber auch in Richtung Performance gehen, Couponing machen, SMS-Sponsoring, in Richtung Apps oder Web-Mobile-Browser gehen. Da sind die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Je nach Zielsetzung des Kunden, da ist alles möglich. Wichtig ist nur, und das ist die besondere Herausforderung sicherlich bei diesem Kanal, dass die Kreation das auch berücksichtigt und die spezielle Nutzungssituation, die sehr unterschiedlich sein kann im Vergleich zum Internet, zum stationären Internet eben, dass das auch berücksichtigt wird. Da sprechen Sie gerade einen Punkt an. Wenn Sie jetzt über eine Display-Werbung für das mobile Endgerät nachdenken, was steht da am Anfang? Die Kreation oder die Planung, die Media-Planung? Zunächst mal die Planung, also überhaupt die grundsätzliche Eignung des Kanals und wie man ihn nutzt und dann aber die Kreation. Und die Kreation muss dann wirklich, und da denke ich, kann man noch mehr Bereitschaft erzeugen bei den Werbetreibenden, mehr zu investieren in gute Ideen für die Smartphones, für das Mobile-Marketing. Sie hatten vorhin kurz die Mobile-Facts erwähnt. Bekannt ist, dass die Argov nur einmal im Jahr die herausbringt, im Gegensatz zu den Standard-Internet-Facts. Ist das für Sie ein Problem? Sollten die nicht häufiger erscheinen? Am liebsten täglich, denn das Medium wird täglich sehr unterschiedlich genutzt und die Nutzungszahlen explodieren ja förmlich. Es kommen immer wieder neue Anbieter dazu. Also es tut sich eigentlich in diesem Markt viel zu viel, als dass man mit so einem Intervall leben könnte. Das ist nicht realistisch, das wissen wir, aber deutlich kürzer als ein Jahr sollte möglich sein. Und wie behelfen Sie sich jetzt in der Planung? Woher wissen Sie, wo Ihre Zielgruppe sich bewegt? Wir sehen ja aus Kampagnenverläufen heraus, können wir ja sehr kurzfristig auch Optimierung vornehmen. Wir können sehen, erreichen wir auch die Zielgruppe, die dort durch die Mobile-Facts avisiert wird. Wir nehmen ja auch Feedback auf. Es sind ja häufig auch Direct-Response-Kampagnen. Also wir optimieren im Prinzip on the flight die Kampagnen ganz klassisch, so wie wir das im Internet auch machen. Und welche Rolle spielen eigentlich Performance-Kampagnen bzw. die Ad-Networks dazu? Brauchen Sie dafür welche? Setzen Sie welche ein, wie Inmobi als Beispiel oder Smarto? Zunächst mal sind ja die Vermarkter sehr ähnlich, vergleichbar mit dem Internet. Und es gibt noch einige Spezialisten, die Reichweiten bündeln. Ich glaube, für Real-Time-Bidding ist es noch ein bisschen früh im Mobile-Advertising, weil da sind wir einfach noch nicht. Wir sind auch prozentual gesehen ja noch viel zu gering im Media-Mix vertreten mit zwei, drei Prozent. So ist es jedenfalls bei uns. Das ist noch nicht so wahnsinnig viel. Da dann nochmal den Kuchen weiter aufzuteilen in Richtung neuer Vermarktungsmodell, Real-Time-Bidding, da tun wir uns ja im Netz schon schwer. Das würde ich jetzt im Mobile-Bereich unbedingt empfehlen. Aber ein Media-Aggregator wäre doch zum Beispiel Apple iAd. Da hört man aber aus der Branche selbst, aus der Media-Planung von anderen Agenturen sehr kritische Stimmen. Ich möchte Sie nun mal mit einer konfrontieren und zwar von Florian Gemeinwieser, Geschäftsleitung Planet Mobile. Der sagt, für iAd hat Apple überhaupt kein Modell, wie sie mit den Media-Agenturen arbeiten wollen. Auch Apple kann die Spielregeln in Europa nicht neu schreiben. Haben Sie ähnliche Erfahrungen, das klingt richtig schon ein bisschen nach Frust, haben Sie ähnliche Erfahrungen mit Apple iAd gemacht eigentlich? Also, dass Apple die Spielregeln nicht nur neu schreiben kann, das haben wir erlebt. Sie können sie auch durchsetzen gegen einen ganzen Markt, neue Geschäftsmodelle etablieren mit iTunes etc., mit HTML5, auch Programmiersprachen definieren. Die können sehr viel nur im Vermarktungsbereich, muss ich sagen, haben Sie doch den Mund ein bisschen voll genommen und sind dort also mit Mindestbuchungsvolumen reingegangen, die einfach nicht akzeptabel sind. Deswegen haben wir das auch nie probiert. Wir sind eher der Meinung, man muss erst mal testen, man muss über kleinere Budgets auch erst mal sprechen und mal schauen, wie dieser Kanal überhaupt nutzbar ist für Werbetreibenden und dann ist auch mehr drin. Zusammenfassend jetzt, was bedeutet dieser mobile Kanal jetzt für Ihre Kunden? Also, wie hoch ist der Anteil der Spendings, der Tasks, die Sie verwalten für Ihre Kunden, die jetzt in den mobilen Kanal reingehen? Also, ich verstehe den Frust der Mobile Advertising Vorantreiber, denn es gibt immer noch ein sehr großes Gap zwischen den 10% in der Nutzung und 1% der Werbespendings. Das kann ich gut verstehen, aber da ist viel drin in diesem Kanal im Bereich Branding, im Bereich Permission, Direct Response, Advertising, Sponsoring, Facebook. Da ist so wahnsinnig viel Potenzial noch drin. Ich bin ganz sicher, das wird noch ein bisschen mehr in den nächsten Jahren. Und vor allen Dingen, dafür interessieren wir uns bei Pilot auch in der Parallelnutzung mit anderen Medien. Wir haben ja lange über interaktives Fernsehen gesprochen. Jetzt haben wir gesehen, dass das Handy eben zunehmend zum Interaktionskanal mit dem Fernseher wird. Und da ist viel drin, da sind viele Spielmöglichkeiten drin, gerade für die Kreativen. Und das wäre eigentlich so mein Hauptappell in Richtung Kreation. Das ist in diesem Jahr erstmalig auch Mobile als Kategorie bei den CanLions zugelassen worden. Und dass die Kreativen sich aufmachen und die Werbetreibenden das auch bezahlen für gute Ideen im Mobile-Bereich, das lohnt sich. Die Kreation ist also noch gefordert. Das war wirklich sehr interessant, Herr Ahrens. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei adzin.tv. Bis dann. Tschüss.